Wo kommen wir jetzt weiter? Wir brauchen irgendetwas zum hochklettern Oder sonst irgendwo Irgendetwas Ach ne hier hinter Da ist auch nix Hm Ach, hier sind wir langgekommen Dann müssen wir hier lang Was sind das denn für ekelhafte Viecher? Ne die schon wieder Ne die schon wieder Ne die schon wieder Schlau So abgeschlagen Afort Und du auch noch Komm her Scheiße Wir wissen wohl, was mit Ihnen passiert ist. Den Klicker nach zu urteilen, sind Sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Ich bin nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Fraglich. Ich weiß. Gehen wir jetzt hier oben weiter am besten, oder? Oh, lecker. Wenn nicht Oxy-Action. Ich weiß. Keine Schleichwerbung. Wenn nicht Oxy-Action. Das beste Waschgel. Junge. Oh, ich vergatte nicht, da entstehen jetzt schon wieder ein Klicker. Hier ist nochmal eine Machete. Und nochmal zehn Zahnräder. Da unten lag scheinbar auch noch irgendwas. In der Klemme. Notiz. Och ne. Nein. Himmel. Arsch und Zwirren. Hey. Ob es hier raus geht? Kann sein. Aber das geht dann nach aus. Lektor. Was ist das? Sim. Ja, alles okay. Ich weiß, ich habe einen Sicherheitsdraus belöst oder so. Scheiße. Wie geht das hoch? Also. Nee, nicht vorlesen. Nicht englisch vorlesen. Was? Flicker! Was? Nee, das Ding bewegt sich nicht. Stand weg. Verschwinde. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf. Los! Oh Gott, wie viele Flicker. So wie es Frauentausch auf ATL 2 gibt, gibt es hierbei Kindertausch. Wir müssen einen Weg hier raus finden. Ja. Okay. Okay. Was? Oh, so. Klapp nach, komm Und weg Und weg Und drauf Ach Ich dachte, das wäre wie jung gewesen Ach, schweiz der Bitschfile 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 Ach komm schon Bitschfile Zack weg Wie viele gibt es denn von denen hier unten Du warst gut Wir müssen jetzt Leute Alles klar? Ja Oh Gott Hä Hä Fängt mir vielleicht erst mal ein bisschen nützliches Zeug wie Munition zum Beispiel Ich werde es waren viele hier Leute meine ich Sieht so aus Werkzeugstufe 3 Ja, so viele Leute wie ich hier auch gerade erledigt habe, müssen hier auch viele gewesen sein Kannst du die Leiter runterholen? Ja Komm her Junge Ab nur mit dir Na bitte Gut gemacht Dankeschön Wo sind die denn? Wo sind die denn? Scheiße Geh weg von der Tür Komm Mach die Dreckstür aus Er ist durchgekrochen Er ist was? Was der Teufel machst du? Ich hole uns hier aus Na dann beeil dich Ja Ja Jetzt wieder wieder richtig spannend und actionreich und aufregend und alles mögliche und Scheiße Was bleibt denn hier noch? Ich kann durch das Fenster Mach von der anderen Seite auf Mach schnell 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 Was ist mit dir? Ich komme klar Komm schon Los Wir schaffen das Was ist der Teufel da? Was ist der Teufel da? Was ist der Teufel da? Ach Das ist alles Aufregend Wie ist der Teufel da? Ich hab nur genau einen Schuss. Bei mir ist kein Standbild. Hey, wie geht's dir Kleiner? Das war echt knapp, hm? Oioioi. Ich mein, ich hab extra 7 Kronen, weil das öfters passiert ist mit dem scheiß Standbild, äh, mir am Wochenende ein neues Internet gekauft. Da ist der Funktur. Mal sehen, wie wir hinkommen. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, hab ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Man könnte ja mal so ein bisschen in den Häusern gucken. Vielleicht liegt da wirklich nochmal ein bisschen Munition und sowas rum. Was liegt denn da oben noch? Das war eben ziemlich heftig, hm? Oh, ja. Absolut. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh, ich... Erstmal ein bisschen entspannt hier. Meine Freundin, Marlin, wollte, dass er uns für den Pferd reifeln. Ich hab doch gut zu verstehen. Ja, der ist. Wir haben natürlich den Pferd. Ich warte. Okay. Einen schönen Abend, ihr noch. Papa. Papa... Oh, Hunde. Weil dich lieber von Ihnen fern. Wo sind Hunde? Das ist hier der Zone. Bild. Und was ist das? Oh. Das ist eis warum. Es ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Da ist ein Bumbum. Da ist ein Bumbum. und ein Dings. Ja, ist denn Maxibon. Was war damals noch schön? Ne, vergesse ich nicht. Wird mir ja gleich nochmal angezeigt. Wenn ich jetzt, hm... Ich weiß nicht, soll ich hier den Waffenhalfter einfach mal verbessern noch? Ich glaube. Ja. So geht es doch. Können wir mit dem Auto fahren? Hey, schade. Hm. Gehen wir lieber außenrum an den Hunden vorbei. Ein Rasenmäher. Ach, wie schön idyllisch hier alles. Oh, das war wohl mit dem idyllisch. Das habe ja sogar ich gesehen. Nein, scheiß Schafflügel. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Oh. Verdammte Axt. Oh. Toll. Ja, die soll den ablenken. Ach, jetzt bin ich schon hier vorne. Sag mal. Wie sieht der mich denn eigentlich? Heil ich mich halt nochmal. Oh. Und ich bin schon hier vorne. Zutritt verbunden, Mann! Hah! Ach, scheiße. Ich war zum Glück daneben. Toll. Darf doch nicht wahr sein Wolltet ihr den nicht ablenken? Ich kann doch nicht drum sehen Wollt bin ich denn so dumm Oh fuck Du wirst brennen Drei Stück Scheiße Verdammt Ich bin weggekommen Oh scheiße Verdammte Scheiße Kann doch nicht so schwer sein Kann doch nicht so schwer sein